moin leute was geht mein name ist video gamescom auf der playstation 4 vom berühmtesten clan for ever auf der welt zbc wir sind die härteste gang überhaupt hier das noch mal ein kleines video über meinen wunderbaren neuen clan zbc weltrang ist natürlich sieben von spanier bis über marokkaner von eritreer bis nach norwegen von finnland bis nach ecuador und von spanien bis nach portugal von frankreich bis in die türkei überall sind wir international vertreten und wir sind die härteste clan gang der welt hier wir sind so hart das muss ich hier noch mal erwähnen dass wir selbst mit einer axt auf die leute losgehen das ist unsere drohung wir meins ernst wo die fahrer ist das zbc zbc und natürlich gibt es auch unter uns brüdern manchmal streitigkeiten die einfach so unter clan kumpels auf dort fach ich glaube nämlich kill weg hier na warte komm her natürlich bekriegen wir uns teilweise auch gegenseitig aber wir sind hart zbc für alle für immer das macht spaß hast du auch man da musst du doch bock drauf haben zbc hart granaten menschen unschuldige frauen weg sprengen es gibt doch nicht schöneres wir sind echt hart drauf alle haben angst vor uns aha du willst also ein eins gegen eins komm her komm her zu mir zbc nein er hat mich ausgenockt wie glitschko ich hätte ich mir eigentlich denken können das startet wieder so ein komisches event boom youtube gamescom hat ivan aus serbien ausgenockt na bei diesem event mache ich leider nicht mit so ich darf meine karre nicht vergessen mein auto wurde wieder beschlagnahmt vor ich muss 250 dollar bezahlen aber ich glaube so viel geld habe ich gar nicht in der tasche okay sorry er hört übrigens für mich sorry kompeten hände hoch wehe du ziehst deine waffe wenn du deine waffe ziehst dann knall ich dich ab ich mein es ernst der zbc klaren meins ernst und sagt sie die waffe wo es ist fertig nach gezogen drei bürze drei bürze der ist total unsterblich holy shit moin 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 eiken pflegen klar eiken touch das gott ja die frau ist tot da oben hat er sich versteckt komm her zu mir komm her vladimir glitschko ist hier moin moin was hast du gesagt wo du es aber echt glück ist die herausforderung gewonnen herzlichen glückwunsch ich sage auf jeden fall ciao leute bis zum nächsten mal euer gamescom auf der sony playstation 4 und ciao yeah